Hallo und herzlich willkommen auf BrokerDeal.de. Wir zeigen Ihnen heute das MetaTrader 4 Subprime Add-on von Admiral Markets. Im vorherigen Video haben wir Ihnen bereits gezeigt, wie einfach Sie ein kostenfreies Demokonto eröffnen und den MetaTrader 4 herunterladen können. Das Add-on können Sie ganz einfach über das bereits installierte Tool installieren und völlig kostenlos nutzen. Die verschiedenen Tools finden Sie daraufhin links in der Leiste bei Expert Advisors, mit dabei zum Beispiel der Alarmmanager, das Mini-Terminal, aber auch noch viele, viele mehr. Die wichtigsten und interessantesten stellen wir Ihnen heute Schritt für Schritt vor. Mit dabei ist zum Beispiel der Admiral Alarmmanager. Hier müssen Sie kurzerhand einen Rechtsklick drauf machen und auf Anwenden auf Chart klicken, nochmal auf OK bestätigen und nun stehen Ihnen diese weiteren Funktionen im neuen Fenster zur Verfügung. Es gibt verschiedene Alarme, zum Beispiel Handelsaktivitätsalarme, Kontoalarme und auch noch einiges mehr, die Sie hier jeweils einzeln aktivieren können. Unten besteht aber auch die Möglichkeit zum Beispiel bei den Nachrichtenalarmen einfach mal auf das Plus zu klicken. Wir zeigen Ihnen nun ein beliebiges Beispiel. Mit dabei sind zum Beispiel Preisalarme beim Preisniveau, die Preisänderung, Kerzenausbruch, ein Kontoalarm kann hinzugefügt werden. Also hier gibt es schon mal die Möglichkeit ganz ganz viele Alarme hinzuzufügen und das alles kostenlos als Add-on und auch in der Demo-Version wohlgemerkt. Hier müssen Sie nun erstmal weitere Informationen hinzufügen, welcher Basiswert und wie weit dies ausbrechen soll bei der Alarmeinstellung und daraufhin können Sie auch unten auf Alarm bzw. Aktion hinzufügen klicken und hier mit dem Klick auf Speichern diesen Alarm aktivieren. Nun aber weiter zum Mini-Terminal. Hier haben Sie kurzerhand die Möglichkeit den Basiswert auszuwählen. Das befindet sich ja jetzt schließlich auch in dem DAX-Fenster. Die Größe kann hinzugefügt werden, Stop Loss, Take Profit und nun haben Sie auf eine andere Art und Weise die Möglichkeit hier auf Sell oder Buy zu klicken, um eine Short oder Long Position zu starten. Auch das Trade Terminal möchten wir Ihnen auf keinen Fall vorenthalten. Ziemlich praktisch, weil es hier gleich mehrere Kästchen nebeneinander gibt, also unterschiedliche Basiswerte und hier ebenfalls dann auf ziemlich schnelle Art und Weise mit einem Klick ein Trade eröffnet werden kann. Besonders für Trader im Sekunden- und Minutenhandel ist der Tick-Trader von wirklich sehr hoher Relevanz. Hier können Sie kurzerhand den Basiswert einstellen, also das Währungspart zum Beispiel oder auch den DAX und hier einstellen, ob die Ticks, Tickspeed, Timed oder in Candles aktualisiert werden soll. Wirklich eine super Sache. Hier finden Sie dann jede Sekunde, teilweise sogar häufiger eine neue Information zum aktuellen Kurs und finden dann hier wirklich so oft es geht die aktuellsten Kursstände. Mit dabei sind aber auch wirklich kleinere Zusatzfunktionen, wie zum Beispiel die Session Map. Hier sehen Sie eine Weltkarte mit der Uhrzeit und die Besonderheit hier ist, dass Sie auf aktuelle Nachrichten zurückraten können. Hier kurzerhand draufklicken, dann sehen Sie hier ein Meeting zum Beispiel, welches um 16.30 Uhr am Samstag stattfindet und dies hat natürlich, wie Sie wissen, regelmäßig Auswirkungen auf die Währungskurse oder auch Indizes. Zu guter Letzt zeigen wir Ihnen jetzt noch den Market Manager. Hier sehen Sie gleich verschiedene Währungspaare und auch Indizes auf einen Blick und haben die Möglichkeit hier auch sehr schnell die verschiedenen Trades zu ordern, indem Sie hier draufklicken und dann hier noch Informationen zu Order eingeben und dann mit dem Klick auf Place Order auch schon diese platzieren können. Es gibt noch einige weitere Funktionen, die wir Ihnen nicht alle im Detail zeigen möchten, da das Angebot wirklich riesengroß ist. Auf der Internetseite von Admiral Markets finden Sie jedoch noch weitere Informationen und können bei den speziellen Funktionen auch nochmal einen Reiter öffnen und dann dort weitere Details einsehen, um zu sehen, wie diese einzelnen Zusatzfunktionen funktionieren. Besonders großzügig ist bei Admiral Markets, dass das Supreme Tool auch für Demo-Mitglieder zur Verfügung steht und Sie so bereits ohne Echtgeldeinzahlung wirklich den vollen Genuss, den vollen Funktionsumfang nutzen können. Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß beim Trading mit den praktischen Tuning Tools, mit dem Supreme Tool und falls Sie das erste Video von uns noch nicht gesehen haben, wir haben dieses nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Ciao!